Was ist das denn? Danke vielmals wieder fürs Einschauen, fürs Anklicken. Heute gibt es eine Reaction zu einem Musikvideo. Und auch dafür haben wir ganz viele Empfehlungen von euch bekommen in den Kommentaren für das eine Lied. Danke viel, vielmals dafür. Das Produktionshaus Maja. Dort haben wir auch schon bereits reagiert, wo das neue rausgekommen ist. Inklusive Erklärung und Hintergrund. Also, falls ihr Lust habt, das zu geben, könnt ihr gerne hier anklicken. Nein, hier anklicken. Okay. Jetzt reagiere ich auf das vierte Lied dieser Produktion. Und zwar Nie Oli. In diesem Lied beteiligt sich auch zwei Artisten, die wir schon in unserer Reaction von Enjoy & Jami erwähnt haben. Und zwar die Nav47 aus Toronto. Und unsere gute Arrivu mit seinem geilen, energetischen Tanzstil. Und ich so liebe... Das ist einfach eine Perle. Das Mal ist aber der Arrivu als Lyricist dabei. Und zwar für den tamilischen Text vom Lied. Und ausserdem haben wir auch noch den... Sean Vincent de Paul. Oder Sean Vincent de Paul. Auch aus Toronto. Er ist auch dabei. Nebst dem Sänger des Lieds ist er auch zuständig für die englische Lyrics. Und auch Director für Musikvideos wie er. Jetzt kommt's. Kalai Nidi Kalai Czerban. Ich hoffe, ich kann das einigermassen richtig ausgesprochen. Okay. Der Music Director ist aber Santa Schnarainen. Den wir ja auch schon gekannt haben. Das Coole an diesem Lied ist aber noch, dass es vorkommt im Film, wo wir das letzte Mal dazu reakteten haben. Und zwar Sarpata Parambarai. Okay. Ich glaube, dass wir jetzt noch genug Infos waren wieder einmal. Ja. Gehen wir gerade in ein Video rein. Let's go! Darts saved wait. Du kannst kannst Blut sein, wen die bereitste Normalität. Du kannst nicht mit den K permessängern aus dem WindITA yerbe. Dein der Vorurés statements zur Wahl an. Das wir TRkonferenz Masonic Saga weiter. Möbel. Ja. V aplausal des Mädels. Sil Ker courter Hund aus. Das ist doch mit der Bugsacke. Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020